Nachdem das Jahr 2023 für Tesla so gut begonnen hat, fragen sich natürlich super viele Leute, sollte man jetzt noch einsteigen in Tesla, weil wir haben diese sehr, sehr starke Rallye gesehen, konnten aber in den letzten Tagen sehen, dass der Preis ein bisschen nachgegeben hat und jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Moment, wo man einsteigen kann, um bei dem Rest der Rallye mitzumachen oder ist die Rallye an dieser Stelle vorbei? Genau diese Frage werden wir heute beantworten, wir werden uns zuallererst einmal den Chart von der Tesla Aktie anschauen, um zu gucken, wie sich der Preis weiterhin entwickeln könnte und wir gehen natürlich insgesamt auf die fundamentalen Daten von Tesla ein. Beginnen wir doch als allererstes mit dem Chart der Tesla Aktie und es ist ziemlich eindeutig, dass wir jetzt derzeit in einem Abwärtstrend sind, in einem langfristigen Abwärtstrend, der ungefähr 2021 im November begonnen hat, seitdem sehen wir, dass wir immer weiter nach unten fallen im Kurs, wir haben es auch bisher kein einziges Mal geschafft, hier diese Trendlinie zu durchbrechen, wir hatten zwar einen einzigen Fake Breakout irgendwann im April 2022, bei dem wurden natürlich sehr, sehr viele Bulls gecatcht, aber danach ging der Kurs dann halt eben sehr, sehr steil nach unten. Jetzt stellt sich auch logischerweise die Frage, wir hatten hier sehr, sehr viele Bullenfallen, bei denen die Leute einfach reingegangen sind und danach ging der Kurs steil nach unten, ob wir hier das gleiche sehen oder halt eben nicht und da werden wir gleich ganz genau darauf eingehen, wenn auch auf die Gründe eingehen, warum der Kurs der Aktie so stark nachgefallen ist, weil es nicht nur mit dem Gesamtmarkt zusammenhängt, der generell schon problematisch ist aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der Zinserhöhungen und so weiter, sondern es hat auch andere Gründe. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt den Kurs der Aktie anschauen, dann wird es natürlich für uns interessant sein, wie es später aussehen wird mit dieser Trendlinie, denn wir sind jetzt mit dem Kurs noch sehr, sehr weit davon entfernt von dieser Trendlinie. Da wird es sehr wichtig sein zu sehen, ob wir das Ganze durchbrechen können und wirklich in einen Bullenmarkt dann wechseln, denn Stand heute sind wir immer noch in diesem Abwärtstrend, das heißt, wir sind auch immer noch in einem Bärenmarkt. Wir hatten zwar gesehen, dass die Tesla Aktie seit Anfang des Jahres wirklich diese wahnsinnige Rally hingelegt hat und hier knapp 100% machen konnte, wenn wir uns aber angucken, wie weit wir vom Allzeithoch entfernt sind, dann sehen wir immer noch, wir sind hier noch knapp 50% davon entfernt. Das heißt, wir müssen hier wirklich realistisch bleiben, wir dürfen nicht euphorisch sein, hier nicht in FOMO geraten und sagen, wir müssen jetzt hier All-In einsteigen, sondern ich selber als Tesla Bull und Fan muss ganz klar sagen, wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Es könnte eine Bullenfalle sein, wir müssen hier ganz klar aufpassen und ich sehe jetzt auch einige Indikatoren, zumindest jetzt kurzfristig, die auf Rot sind, denn zum einen sind wir hier von dieser Resistance Linie abgeprallt. Der Kurs ist jetzt nach unten gefallen, dementsprechend haben wir auch hier innerhalb kürzester Zeit knapp minus 10% gesehen, was bei Tesla eigentlich nicht unüblich ist, denn die Aktie ist sehr, sehr volatil, beziehungsweise der Kurs der Aktie ist sehr volatil. Trotzdem muss man sagen, wir sind jetzt hier, wenn wir uns das Ganze anschauen, wenn wir das auch schaffen zu durchbrechen, gerade an sehr, sehr vielen Resistance Linien dran bei der Tesla Aktie. Wir haben hier die 200-Tages-Durchschnittslinie vor uns, dann diese sehr, sehr starke langfristige Abwärtstrendlinie und wie gesagt, diese Resistance Linie halt auch noch. Das heißt, es sind schon sehr, sehr viele Sachen, die gleichzeitig gut laufen müssen. Zum anderen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die MACD-Linien und den RSI anschaue, dann sehen wir bei den MACD-Linien im Tageschart, dass wir gerade in einen Abwärtstrend und wechseln und genau das gleiche auch beim RSI-Indikator. Wir waren sehr, sehr lange im Überkaufbereich und wechseln gerade, dass wir quasi erstmal runtergehen, weil die Leute wieder ein bisschen aussteigen. Wenn man bedenkt, dass ich auch zum Beispiel letztens den Gesamtmarkt analysiert habe und gesagt habe, sehr, sehr viele Insider verkaufen derzeit Aktien, dann macht das für mich Sinn, dass die gesagt haben, hey, wir sind wirklich innerhalb kürzester Zeit hier um dieser 100% gestiegen im Kurs, jetzt ist ein guter Moment, um Gewinne mitzunehmen. Daher macht es definitiv Sinn, dass die Aktie vielleicht auch nächste Woche dann ein bisschen nachgibt und runtergeht im Kurs. Das würde mich persönlich nicht wundern, bis der RSI-Indikator auch wieder vernünftig aussieht. Wenn wir uns insgesamt einen längeren Zeitraum anschauen, wie zum Beispiel den Wochenchart, dann sehen wir beim RSI-Indikator sind wir gerade noch in einem gesunden Bereich, das heißt, wir sind jetzt noch nicht im Überkaufbereich. Genauso bei den MACD-Linien sieht es so aus, als würden wir hier in einen Aufwärtstrend steigen. Dementsprechend muss man sagen, wenn man jetzt nur die zwei Indikatoren begutachtet, sieht das Ganze aus, als würde die Tesla-Aktie erstmal, wenn auch der Gesamtmarkt natürlich eine Rallye hinlegt, dort mitgehen. Das ist definitiv schon mal positiv. Wir sind ja auch im Wochenbereich über der 200-Tage-Durchschnittslinie. Das ist sehr, sehr bullisch. Das darf man auch nicht vergessen. Was aber für mich jetzt auch im Wochenchart vielleicht auch für die nächste Woche oder die nächsten Tage eher bärisch ist, Wenn wir uns hier einmal anschauen, wie der Kurs sich entwickelt hat von der Tesla-Aktie, dann sehen wir hier eher ein bärisches Zeichen und zwar hier diese Candle. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich von euch mit Candle-Stick-Patterns auskennt, also mit den Mustern. Dann sehen wir hier zum Beispiel so einen Inverted Hammer, dass der so umgekehrt ist. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sehen wir, dass das das am wenigsten bullische Zeichen ist, was für mich einfach damit zusammenhängt. Die Aktie ist innerhalb kurzer Zeit so stark gestiegen, dass das irgendwann ja wirklich nachgeben muss. Dementsprechend wird der Kurs vielleicht nächste Woche auch nochmal nachgeben. Da sollte man definitiv nicht sein ganzes Pulver verschießen. Ist natürlich keine Finanz- oder Handlungsefehlung. Muss jeder selber entscheiden. Trotzdem muss man ganz klar sagen, sieht es auf dem Wochenchart gar nicht so schlecht aus für Tesla. Die Frage, die wir uns aber jetzt stellen, wenn wir uns das Ganze angucken, ist natürlich, warum ist der Kurs der Tesla-Aktie in letzter Zeit so stark abgefallen oder so stark nach unten gegangen, wenn es jetzt nicht nur mit dem Gesamtmarkt zusammenhängt. Das lässt sich sehr leicht erklären. Elon Musk hatte den Twitter-Deal, hat vielleicht der eine oder andere für Schmidt bekommen, hat sehr, sehr viel Geld gebraucht und hat dementsprechend Tesla-Aktien verkauft. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wann er die verkauft hat, dann hat er wirklich den Markt extrem gut getimt. Also bei diesen roten Pfeilen ist der Moment, wo Tesla-Aktien abgestoßen wurden von Elon Musk. Und hier sehen wir, jedes Mal, wenn er verkauft hat, ist der Kurs der Aktie wirklich extrem eingebrochen, was schon sehr, sehr heftig ist. Er hat natürlich dann das meiste Geld rausgeholt, um das Ganze dann eben für Twitter nutzen zu können. Die meisten anderen Leute, die hier investiert haben, also Retail-Investoren, waren natürlich sehr unzufrieden, weil die hier bei den Hochs gecatcht wurden. Und wir müssen ja auch fairerweise sagen, wir sind hier noch nicht mal an dem Hoch von September 2022 angekommen, obwohl der Kurs so eine starke Rallye hingelegt hat. Das heißt, dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Leute diese Rallye nutzen, um vielleicht nach und nach auszusteigen. Da müssen wir definitiv aufpassen. Man muss aber auch ganz klar sagen, von den fundamentalen Daten bessert sich das jetzt einigermaßen bei Tesla. Denn die Prognose von Tesla für das Jahr 2023 war gar nicht mal so positiv. Das hat sehr, sehr viele Investoren verwirrt. Dementsprechend wussten die auch nicht, wie die darauf reagieren sollen. Denn normalerweise sagt Tesla selbst, dass die es schaffen, im Jahr 50% zu wachsen, also um 50% zu wachsen. Wenn wir uns jetzt aber die Prognose einmal anschauen, im Jahr 2022 hat Tesla es noch geschafft, 1,3 Millionen Fahrzeuge zu produzieren. Jetzt haben die eine Prognose abgegeben, im Jahr 2023 nur 1,8 Millionen Fahrzeuge zu produzieren, was deutlich weniger ist als 50% Wachstum. Wobei ich an der Stelle sagen muss, dass ich das gar nicht so verkehrt finde, dass Elon Musk und das Management das so ein bisschen sandbaggen und sagen, hey, wir geben hier eine geringere Prognose ab. Und wenn wir es jetzt trotzdem schaffen, hier 2 Millionen Fahrzeuge zu produzieren, was 50% Wachstum entspricht, dann werden natürlich die Erwartungen der Analysten noch mehr erfüllt werden. Die werden noch positiver sein, auch die ganzen Investoren, weil sie ja gar nicht damit rechnen. Die sind eher etwas negativ eingestellt. Und dann wird natürlich der Kurs der Aktie deutlich profitieren. Zum anderen hatten wir noch, vor allem im letzten Jahr, das Thema mit den Margen. Denn die meisten Investoren feiern Tesla aufgrund der Bruttomargen und der Nettomargen. Die Margen sind einfach die höchsten im gesamten Automobilbereich. Dafür ist Tesla bekannt. Deswegen nennt man auch Tesla die Cash Cow. Und wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann hatte Tesla tatsächlich eine Weile Angst, weil einfach im E-Auto-Bereich so ein bisschen der Marktanteil vielleicht verloren gegangen wäre. Man hat gemerkt, dass dort sehr, sehr viele Konkurrenten auf einmal mit drin sind. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, was die Margen angehen, dann sehen wir natürlich, Tesla hat hier deutlich die besten Margen im Vergleich zu den anderen Autoherstellern. Also da sind die Welten von entfernt. Das Problem aber, was wir jetzt hier hatten, ist, dass Tesla sich letztes Jahr dazu entschieden hat, die Preise von den Fahrzeugen zu reduzieren. Obwohl die meisten Leute gedacht haben, dass Tesla extreme Preismacht hat an den Markt. Dementsprechend sind natürlich auch die Margen nach unten gegangen. Da haben sich sehr, sehr viele Investoren Sorgen gemacht, ob die Margen langfristig überhaupt so hoch bleiben können, ja oder nein. Oder ob die jetzt langfristig vielleicht doch runtergehen, weil Tesla auch langfristig mit den Preisen runtergehen muss. Und an der Stelle hatte man natürlich erstmal so ein Indiz, wo man gesagt hat, hey, da sieht gar nicht so gut aus. Jetzt sehen wir aber wirklich eine Trendumkehr. Abgesehen davon, dass Tesla immer noch halt die besten Margen hat im Automobilbereich. Sehen wir aber die Trendumkehr, dass Tesla anfängt, wieder von dem Model Y die Preise nach oben zu korrigieren. Das heißt, die steigern wieder die Preise, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Dementsprechend reagiert auch der Aktienkurs sehr positiv darauf. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein definitiv positives Zeichen, langfristig gesehen für Tesla. Denn wenn die es jetzt schon schaffen, die Preise nach oben zu korrigieren und trotzdem dieses Wachstum von 1,8 Millionen Fahrzeugen zu generieren, dann wird das natürlich sehr, sehr positiv sein. Wir müssen uns aber logischerweise auch die nächsten Quartale anschauen, beziehungsweise das gesamte Jahr 2023, ob die es auch schaffen, diese Preise zu behalten, ob die vielleicht sogar noch weiter steigen oder ob die wieder runtergehen müssen. Denn je nachdem, wie Tesla hier agieren wird, wird sich natürlich auch dementsprechend der Kurs der Aktie dort widerspiegeln. Was natürlich auch unter anderem sehr, sehr positiv ist, was wir in letzter Zeit sehen konnten im Jahr 2022, aber jetzt auch Anfang 2023, ist der ARK ETF. Der hat wirklich sehr, sehr viel nachgekauft, was Tesla angeht. Also Katie Wood kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist der ARK Innovation ETF, der bekannteste von den ETFs. Da sind mehrere, in denen auch in mehreren Tesla drin ist. Aber in dem Innovation ETF seht ihr, dass hier Tesla wirklich mit einer sehr, sehr hohen Gewichtung mit drin ist, weil der Kurs natürlich der Aktie auch so stark abgegangen ist. Und hier gibt auch Katie Wood wirklich sehr, sehr starke Prognosen ab, was echt krass ist. Also die sagt jetzt schon alleine, nur wenn man die E-Fahrzeuge sich anschaut, dann könnte sich der Kurs der Aktie verfünffachen in den nächsten fünf Jahren, was natürlich echt heftig ist, für jeden Investor, der jetzt heute einsteigt oder schon eingestiegen ist. Und wenn man wirklich noch Full Self Driving mit integriert, dann könnte sich sogar die Aktie verdreifachen. Und das ist natürlich so bullisch, wie sich das keiner vorstellen kann. Das wird sehr, sehr interessant sein, ob das Ganze dann so aufgehen wird oder nicht aufgehen wird. Du kannst mir aber auf jeden Fall wie immer unten in die Kommentare mal deine Meinung reinschreiben. Bist du in Tesla investiert? Findest du Tesla ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie, um dort einzusteigen oder eben nicht? Schreib deine Meinung da rein. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.